Diese 8 Spieler versuchen eine XXL Chaos Challenge zu schaffen. Dabei dürfen sie nur Monstern, Tieren und anderen Spielern in einer bestimmten Reihenfolge Schaden zufügen. Diese Reihenfolge ist zuwillig vorgegeben und wird sie einmal unterbrochen, während wir alle schwerben. Leute, bitte rettet mich endlich, ich möchte diese Challenge unbedingt schaffen. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Viel Spaß mit dem Video. Ich werde das Ganze sicherlich bereuen. 8 Spieler, eine große XXL Chaos Challenge und eine Challenge, die wir vermutlich nicht hinbekommen werden. Aber wir versuchen heute Minecraft durchzuspielen in einer bestimmten Reihenfolge. Es darf Schaden immer nur in exakt derselben Reihenfolge von Spielern verursacht werden. Das bedeutet, eine Person fängt an und nur eine ganz bestimmte andere Person darf danach weitermachen. Mit Damage wird diese Kette einmal unterbrochen. Während wir alle sterben und fangen wieder von vorn an. Lasst unbedingt einen Like da, schaut bei allen Kanälen vorbei, die verlinkt sind. Abonniert alle Kanäle, abonniert auch meinen Kanal und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass wir das Ganze heute hinbekommen werden. Das kann nur etwas... Ich zweifle so sehr daran. Es geht los in 3, 2, 3, 2, 1 und let's go! Yeah, Minecraft! Der erste Versuch! Was ist die Reihenfolge? Wir starten also mit der Reihenfolge von Veto zu Heiko zu Stegi zu Fabo zu meiner Wenigkeit zu Kevin. Wichtiger und zum Schluss zu Hugo und das Ganze fängt dann wieder von vorne an, so lange, bis wir den Enderdrachen eliminiert bekommen, was für uns als erfahrene Minecraft-Herdraner natürlich kein Problem sein wird. Yeah! Klaro! Na klar, ich schlag jetzt Kevin, weil ich sie kann. Wow, wow, ich wurde geschlagen von Norman. Veto, hast du geschlagen? Ich hab geschlagen, du bist dran, Hako. Ich bin nach der Drachen, okay? Na klar. Ja, bitte was? Kannst du sagen, ich fahr zu allem, aber in dieser Stimme da? Sag's bitte nicht. Können wir das später machen, oder? Oh. Okay, später dann. Ganz wichtig, Jungs, volle Konzentration. Wir sind noch am Anfang vom Video da. Ist meistens der Fokus immer noch. Der ist noch ein bisschen höher angesetzt. Jetzt müssen wir direkt allen zeigen, was wir drauf haben, denn beim letzten Mal lief's ja nicht so optimal. Nicht wahr? Wichtiger? Hä? Nicht ich, Hugo war ja nicht. Hä? Ja, 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 ja. Redet raus. Hugo wieder, wa? Ja, ja, komm. Der benutzt mein Crafting-Table. Ich will nicht mehr. Um ganz kurz den Ablauf zu erklären, wir sollten als allererstes einen Dorf finden, Bogen, Pfeile, Essen, einfach die Standard-Ressourcen, dass wir erstmal ausgerüstet sind und so schnell wie möglich in den Nether gehen können. Und ich sag euch ernsthaft, wenn wir es heute mal schaffen sollen, bitte, bitte einen erfolgreichen Nether zu spielen. Ich wäre euch sehr, sehr, sehr dankbar. Kriegen wir hin. Ja, schaffen wir. Für dich gerne, Basti, für dich alles. Oh, ihr seid die best. Ey, ähm, in welche Richtung wollen wir uns denn ungefähr bewegen, also so, dass wir... Ich würde Westen sagen, also echt Great Westen. Ja, Westen, sag ich auch. Ich habe geschlagen. Hast du geschlagen, Heiko? Richtig, ich habe geschlagen. Ganz kurz, ich finde die Landschaft hier richtig schön, ne? Hier könnten wir auch, wenn ihr wollt, wir könnten auch die Challenge sein lassen, hier mal so ein kleines Bauprojekt machen. Ernsthafte Frage, was glaubt ihr war bis dato unsere Schwachstelle, dass wir das in so vielen Runs noch hinbekommen haben? Veto. Wichtiger. Es muss nicht zwangsweise eine Person sein, so meine ich das jetzt nicht, ne? Achso, dann Favo. Dann die Challenge verkacken. Ah, danke, Digga. Richtig. Wir haben die Challenge verkackt, weil wir die Challenge verkackt haben. Danke, Doc. Oh, ich habe ein Dorf gefunden in Richtung Westen. Sehr gut. Wo genau? Boss. Kleine Mini-Aufgabe, wollen wir gemeinsam mal den Eisengolem uns verknüpfen? Ich glaube, jetzt sind nicht alle da, oder? Wer ist aktuell dran? Also ich bin da. Heiko hat schon. Oder? Wer war nach Heiko? Ich bin dran momentan. Also jetzt am Anfang erstmal mit dem Dorf. Jeder holt sich erstmal ein bisschen Holz. Bogen und Pfeile wird unfassbar wichtig sein, denn wir brauchen zwangsweise Fernkampfwaffen. Ansonsten können wir das niemals hinbekommen mit Blazes oder dem Enderdrachen. Deswegen, ihr farmt alle fleißig Holz, oder? Schicke Mütze. Schicke jetzt, hau drauf. Boah, ich habe richtig viele Melonen, ne? Würde ich echt sagen. Ja, aber du musst halt hochbauen, oder? Ja, aber ich habe keinen Bock, an den Garten da oben zu sein. Und erst wenn alle da sind, ist das, glaube ich, mal. Ja, ich kann mich an was erinnern vom letzten Mal. Da war was. No. Äh, hä. Ey, lass mal heute wirklich die Challenge schaffen. Ja, ey. Du sagst das so, als ob wir uns das nie vornehmen. Nee, ich habe das Gefühl, dass manche hier, Hugo, dass ich wirklich nicht ernst genug... Wir können uns heute unsterblich machen. Ja, das könnte mein Durchbruch werden. Okay, dann gehe ich jetzt offline. Mein Gutt, oh mein Gott, Haku! Malte, ey. Nee, du lässt jetzt den Golem wuchsen. Ey, ich habe ja schon keinen Bock mehr. Ich habe ja schon mal gerne in die Kommentare, mit wem wir im nächsten Mal bald auch nochmal so ein Challenge spielen sollen. Habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge, wir vielleicht verfahren. Ich habe einen Vorschlag. Ihr könnt alternativ auch einfach schreiben, mit wem nicht. Hab, dann mache ich jetzt. Ich bin dran, ich bin dran. Sehr gut. Also, ich bin nach dir, aber ich bin nicht da, deswegen schlage ich jetzt ein Stattes. Hab's geschlagen, jetzt ist der nach mir dran. Ja, sehr gut. Ein Umdrehung. Ja. Jawohl, ich habe. Ich stehe gerade noch nicht. Sehr gut. Oh, der erste Erfolg. Wir haben den Eisengolum getötet. Das gibt mir so Klassenfahrt-Vibes. Wirklich, es ist immer ein Atze, der noch irgendeine Scheiße lacht. Nein, 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 in wen seid ihr, sagt man immer, ohne Verlieb, in wen seid ihr. Wer liegt nicht? Ja, ich war ein Zombie. Ja, dann leg dich hin. Okay, was ist jetzt der Plan? Jeder holt sich Bogen und Pfeile. Ich habe nochmal zwei neue Flätschentables. Haben wir noch ein paar Villager übrig? Also ich wäre bereit. Also ich wäre bereit. Bogen, Pfeile bei Basti am Start. Jo. Kurzer Check nochmal fürs Mäntel. Wer hat als erstes geschlagen? Fabo und ich bin dran aktuell. Okay, geil. Ich habe ein bisschen Angst mit euch, ohne Schilder gleich in den Nether zu gehen. Ich habe... Wichtiger heute war... Wichtiger Hausaufgaben gemacht. Der ist heute top vorbereitet. Hat da jemand etwa ein schlechtes Gewissen? Nein. Oder heute sieben Stunden Schule gehabt und trotzdem konzentriert als Hugo. Gehen wir jetzt zum Portal? Ähm, ich würde sagen, wir warten nochmal, bis gleich wirklich jeder ready ist. Also jeder sollte auf jeden Fall so ein, zwei Stacks Pfeile haben. So, hast ja mal einen kleinen Fund gemacht. Eine kleine Überraschung. Oh, was hast du gefunden? Ich habe einen Dschungeltümpel. Oh, gruselig. Geh mal rein. Das ist wirklich die... Also, so. Die Kiste. Was sind das für Kisten? Drei Bambus und 15 Rotten Flash? Sowas kann sein. Sowas existiert? So etwas Gemeines? Okay, das ist ein super Zeichen. Sorry, falls es, by the way, heute sehr chaotisch wird und eventuell sehr viele Leute reden. Chaos Change heißt bei uns halt wirklich Chaos Challenge. Das geht jetzt auch, by the way, gleich in den Nether. Und ich sage euch ehrlich, wenn wir es wirklich mal schaffen sollten, mit Ender-Pan und Blaze-Rots aus dem Nether zu kommen und wirklich Ender-Augen zu werfen. Mit dieser Truppe, mit diesen acht Leuten. Ey, Hugo, ähm, ich habe letztens ein Bild gesehen von dir auf Twitter. Da stand so, Schule be like oder so gerade. Und dann war da so ein Typ, der vor so 400 Leuten wegrennt. Bist du jetzt so Omega-Famous in der Schule, oder was? Nein. Was war das für ein Wort? Naja, halt, ob er sehr berühmt ist jetzt. Digga, es ist so unangenehm, in die Schule zu gehen, wenn ich ehrlich bin. No joke? Ja, ohne. Dann bring doch mal Farb jetzt. Ich glaube dir, wichtiger, ich glaube dir. Du warst doch nie in der Schule, Martin. Wer sollst das wissen? Ey, ich muss Hulenschutz nehmen. Ich habe mit Hulenschutze über die Geredet. Ich war bis zur achten in der Schule. Ja, aber bis zur achten, 14 wie wir auf YouTube. Freunde, es geht auf in den Nether. Pass auf, Zombie, pass auf, Zombie. Es leckt, es leckt. Es leckt. In der Zombie ist drin. Oh Gott. Nicht schlagen. Achtung. Warte, ich töte ihn, ich töte ihn. Ey, lass Bandbomben, lass Bandbomben. Nein, ich habe geschlagen, ich habe geschlagen. Basti hat geschlagen, Basti hat geschlagen. Dann bin ich dran. Sehr gut, Team. Wecke, Frecky-Sau. Kurz Team-Besprechung. Wir sind jetzt mehr oder weniger, also so weit, wie wir jetzt gerade sind, sind wir sehr selten. Deswegen weiterhin konzentriert bleiben. Wir halten Ausschau nach einer Festung für Blaze-Rods. Bitte schön, kannst du dieses Bett bitte wegmachen. Wir suchen weiter nach Blaze-Rods. Wenn wir einen Warp Forest finden, sollten wir eventuell auch echt einfach Enderpern fahren. Und ich würde selbst eine Bastion in Erwägung ziehen zu spielen, zu B-Spielen. Wer ist jetzt nach mir dran? Ich. Wer bist du? Oh. Welche Farbe hast du? Oh, tschüss, oh, tschüss. Ich stehe hier so eine Dia-Spitz-Sacke. Good one, good one. Check ich. Lass mal hier runterbauen, weil wir sind auf Höhe 100, das ist ein bisschen zu hoch. Ja, ich und Veto sind hier gerade am Mochen. Ach so, Jungs. Okay, Farbe, wusste nicht, dass du so krass am Beamen bist. Hier unten, hier unten, hier unten. Seht ihr uns? Hier wäre eine Bastion. Hier, wichtiger unter dir. Aber Bastion waren wir nicht. Was für eine Bastion haben wir? Also wir könnten auch zu acht mal eine Bastion spielen. Das wäre doch bestimmt auch sehr interessant. Ja. Hey, weg. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Oh, ich bin eine Bastion. Härter B ist C. Hier ist Bastion. Hier ist eine Bastion. Also mittlerweile mit Leaves bauen ist ja noch besser als mit Holz. Was ist das für ein Weg? Wer baut denn mit Leaves? Holy shit, Pätschen. Housing, oder? Holy shit, Pätschen. Hey. Digga, was? Ey, jetzt aufpassen, aufpassen. Leute, Leute, Konzentration. Das ist die ganze Sache. Achtung, 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 Flitzer, Blitzer. Hat jemand eine Eisenspitz? Ja, ja. Ich spiel die Bastion. Ey, Hugo. Anwesend. Du hast ja mal eine Beziehung. Was war der Kosename da? Hugo wurde mal Opfer genannt. Einfach dieses Commentary. Dieses Commentary, während ich gerade so Goldblöcke abbaue. Es ist... Äh, ich war ganz, ich sehe nichts. Chak, Chak. Chak, Chak, Chak. Hey, Biggie, komm mal her. Chak, Chak, komm mit dem Jetpack. Ähm, ganz kurze Frage. Kriegen wir das eventuell? Na, wobei, ich kann auch einfach mit dem traden. Aber bei mir ist ein Piglin. Ich weiß nicht, warum der hier ist. Hat hier irgendjemand was aufgebaut? Also wenn ihr wollt, ihr könnt ja auch nochmal... Ich schaue mich ein bisschen um, ob wir eine Festung sehen, oder? Ja. Weißt du, wenn du schlagen musst unten, können wir auch nochmal rotieren, bis du dran bist. Ja, ich habe gerade... Also wäre vielleicht gar nichts... Es geht schon. Es ist nur ein Piglin hier gerade unten. Wäre es vielleicht smart, wenn wir trotzdem rotieren, weil dann kannst du Notfalls, dann hast du den Schlag quasi abdirekt. Ja, das wäre vielleicht ganz nice, ja. Ich bin jetzt quasi mal Nudeln holen. Bitte nicht. Nudeln hier, da mag ich jetzt auch mein Essen, schau. Oh mein Gott. Die ersten drei Enderpernen sind da. Ja. Jawoll. Brauche ich nicht. Sechs Enderpernen. Okay. Wo seid ihr jetzt gerade hingelaufen? Achso. Ja. Ich seh schon, ich seh schon, wo ihr sagt. Oh, was? Wir müssen uns vertragen, soweit wir jetzt gerade sind. Das könnte wirklich der Run der Runs werden. Wollt ihr das wegwerfen? Das stimmt. Ja, ja, passt jetzt recht, passt jetzt recht. Wir könnten es heute schaffen. Wer ist aktuell dran mit Schlagen? Ich höre einfach im Hintergrund einen Teller. Wir sind gar nicht. Ich denke, ich habe jetzt noch vier Nudeln, die da aus dem Maul hängen. Nee, ich esse keine Nudeln. Okay, wer ist aber trotzdem gerade dran? Wichtiger, hast du geschlagen? Ich, 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 ich. Okay. Wichtiger kann gar nicht. Der ist hier am Fastbridgen bei uns. Ja, Mann. Guck mal hier. Oh mein Gott, der war so risky. Holy shit. Habo Troll. Wieder angeschwommen kommt. Oh, Pferd. Und zuck. Ist das kacke. Guck mal, ich habe einen anderen Block. Und noch einen. Digga, ich bin aber immer perfekt vorbereitet. Ich hotkey hier wie ein Gott. Ganz kurz. Das ist genau der Moment. Das ist genau der Moment, wo eigentlich alles zu Ende geht gleich. Wo sind wir, Veto, Junge? Wo bist du hin? Mann, wir sind 100 Blöcke von dieser Scheißfestung entfernt, aber ich habe keine Spitzhack mehr. Können wir bitte graben? Bitte, bitte, bitte. Out of character. Out of character hier. Dein Grab du doch. Ich werde nicht graben. Kein Meter. Ja, komm. Kannst gleich mal eine neue Spitzhack gemacht. Haben wir noch eine Chip-Tour? Ja, geh mal hier rein so, warte. Auf Eisen sogar, oah. Ja, ja, klar doch. Doch, warum ist das genau ein Problem? Was, die reagiert an diesen 150.000 Abonnent? Alter! Warum ist das genau ein Problem? Guck mal, ich dachte, du hast ein Bikini an. Ich schlag dich gleich. Ah, hier ist die Festung, Männer. Digga, hat da gerade einer geschossen im Hintergrund. Hat jemand geballert? War das gerade eine Waffe? Oh mein Gott. Nee, das war meine Kloschüste. Hä? Digga, hä? Wir sind da! Ich will nicht, dass meine Teammate... Äh, Infelstung? Ey, aber Chip! Fass auf! Ey, 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 nicht schlagen, nicht schlagen! Oh mein Gott. Wir brauchen noch ganz kurz. Wir brauchen noch ganz kurz. Wollen wir kurz durchrotieren, um den Skeleton zu killen? Wichtige ist, das ist dran, ne? Wer ist denn dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran. Okay, wichtiger hat geschlagen, wichtig hat geschlagen. Wer ist jetzt dran? Jungs, wer ist jetzt dran? Wer ist dran? Oh mein Gott, die Leute. Oh mein Gott, Leute, Leute! ich glaube ich 68 das war auch wenn jetzt am vielleicht das ist jetzt nicht unfassbar viele leiden vor sparen geschlagen wer hat geschlagen ach so ja ja wer geil ja er hat ja was geht ab wer hat gerade hat aber nicht ok dann hast du direkt die nächste dranlocken ok ich habe ein ich habe ein ich habe ein ich habe ein oh mein gott wo kam er her ok schießt wartet 3 2 3 2 1 jetzt bin ich dran ich bin der meinung ihr müsst ihr müsstet auf die brücke alle gehen wieder vor uns stellen ja aber da sind schön schön gut hat glaube ich nicht gejobbt glaube ich nicht gejobbt du bist einfach die blaze und siehst das hinten das ist richtig gut gerade jungen wir sind einfach so ein ameisenhaufen der sich so weiter aus ja wer baum ist holz nein bro bin ich dumm ich war doch dran ich war doch dran das war ein richtig guter try und wir lassen uns die energie davon nicht nehmen wir nehmen die gesamte power aus dem vorigen run mit und werden jetzt alles auseinander nehmen oder ja ja let's go auswärmen minecraft das war ein richtig guter run wir haben eine passion erfolge gespielt die festung hätten wir auch zu ende bekommen aber das ist auch das wichtige das ist ja die mentalität bei jeder challenge jetzt nicht den kopf hängen lassen sondern das war nur der anfang also ich hab'n dorfmänner hey wer kann snowbo fahren und skifahren ich kannst du auch skifahren ja klar so jetzt wer wer hat die neunte klasse bestanden pass auf die ist es schwer dann muss ich es ja sein die macht nichts einfach die hat respekt boah boah alter einfach runtergeschubst könnt ihr mir noch jemanden einen bogen mitbringen ich hab vergessen einen zu kaufen ich hätte dafür aber einen lavasee ich kann einen bogen kaufen danke lavasee hier danke dir kannst du gerne machen na gut dann back to back nether das squad ist sowas von ready haben wir schilder haben wir oh nein oh mein gott was ein spawn und jungshilfe nein hoch 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 alle hoch hoch holy shit oh nein oh mein gott was macht ihr denn wer ist denn dran wer ist denn dran wer ist denn dran wer ist denn dran wenn farbo jetzt farbo du bist der letzte der drin gewinnen ich hab den eisenkohlen gewonnen dann bin ich dran dann mach ich das jetzt ähm farbo holst du das gold raus ich probiere farbo achtung ich probiere was willst du hier da drüben ist doch noch eine da ist ne da ist ne treasure bastion jungs richtung süden richtung süd ist ne treasure was hat er gesagt passi was siehst du da wir sehen da nix ich hab zwei gold blöcke raus geholt passi willst du das alleine machen oder sollen wir mit reinkommen ach du guck mich an ich lebe ich lebe ich lebe gleich ist vorbei oh mein gott haben wir nen gap oder so alles gut haben wir nen gap wer ist gerade dran mit schlagen ich glaube ich ich glaube ich haben wir hier irgendwelche jungs zum traden schon gleich ich würde sie vielleicht gleich hier rausholen nur wichtig wäre ich muss ja eigentlich sollte ich hier eigentlich ganz gut durchkommen der magma slime spawner schon abgebaut und da sind sehr viele goldblöcke für uns könnte irgendjemand der dran ist mal den magma cube kriegen wir den hier mal weg ja ich komme bist du dir aber sicher dass du dran bist ja safe 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 falls wir gleich ein rune portal brauchen mit zwei goldblöcken dahinten wäre noch eins das können wir auch noch mitnehmen brauchen wir das ist nicht so weit weg nee lass drauf scheißen ja ich weiß nicht dahint ist ne festung dahint ist ne festung oh mein gott ich hab ne festung oh gut gespottet oh gut gespottet schön gemacht alter ne große ne sehr große ach du machst hier auch noch nach vorne er schießt oh mein gott sind da gerade viele sauer jungs ich hab op gap und nethered ingot in der kiste gefunden ihr könnt meinetwegen schon mal in die richtung vorbauen dass wir dann gleich nachkommen genau genau das machen wir also wir bauen schon mal rüber wer ist überhaupt dran mit wer ist mit schlagen und wir sollten sollten wir nicht alle wieder in unsere base zusammen kommen oh darf man das schlagen nein 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 ich glaub nicht was denn darf man die kugel vom gas zurückschlagen ich glaub nicht brud mach nicht mach nicht mach nicht sollen wir alle zusammen irgendwo wieder so eine base bauen ich glaub das ist geil oder ja auf jeden fall macht am besten so zwei spots einmal dort wo geladen werden kann wenn welche sind dass man dort aktiv schießen kann und einmal einen spot wo man halt safe ist und kein spawner geladen wird aber wir sind jetzt gerade noch im traden bei der bastion ach so okay ich dachte ihr seid schon hier alles klar alles klar okay wir haben alles getradet mehr ist hier nicht so und leider nur 200 pern aber fire resistance ist da wir sind auf dem weg zur festung wir sind gleich operation blaze rockstar okay ganz kurz besprechung wer ist gerade dran wer braucht erstmal der kollege kriegt ihr das hugo das auch man dicker lasst uns jetzt die blazes auseinander nehmen wir haben noch einen langen tag wer ist nach wichtiger dran wie gesagt ich bin nach wichtiger dran und danach will ich dran wieder richtig konzentrieren männer konzentrieren wieder base bauen base bauen erstmal die einzelnen hier wegnehmen au oh mein gott feuerresi feuerresi oh ich hab brenn nicht schlimmer so lass ihn nach rechts oder pass auf wer ist dran wer ist dran hier ist ein enderman auf hab geschossen hab getroffen soll ich machen soll ich machen jetzt ja wenn du dran bist ja ab 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 okay ab er hat gejobbt er hat gejobbt er hat gejobbt oh mein gott hier hinten war doch ein spawner oder nicht wir sind eigentlich alle an dem vorbeigelaufen also ich hab geschlagen erster blaze shot wo wir sehen wo ihr seid weil ihr markiert hat ich bin ich hab den enderman jetzt gerade geschlagen der nächste Achtung pavo ja oh mein gott er oh nein Achtung Achtung Bro Mann Digga was wer ist denn nach Achtung Bro ich fange hier fest oh mein gott ok 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 bitte nicht wer ist denn nach mir wie viel herzen wer ist dran Mann Hugo oh mein Hugo hat sehr gut ja super gemacht ja ja war das Heiko ja einmal finischen da im gang sind generell noch mal zwei weitere ja ja ok ich bin ich bin ich bin ach schon dauerne schon dauerne Baseball 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 oder lohnt ihr noch nicht es ist ein Spoiler doch da vorne ist ein Spawner passt auf dass ihr euch jetzt ernsthaft nicht gegenseitig schlagt ja genau mit der Achtung Ab 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 ich mache hier rechts zu hier links hier links hier links hier links hier links ich mache ich mache die Wand höher ich habe entscheidet ich habe ihn angegriffen auf dem sport ich habe auch ich habe auch ich habe ich habe ich habe ich habe ich weiß ich habe auch ich habe auch ich habe auch gutes tempo ich habe ich bin dran ja ich habe auch ich habe auch wusstet ihr dass der feil mehr schaden mag je schneller der fliegt deswegen kann man mit einem drachen mit einem feil ja ja das kann ja ja okay da liegen so viele der liegen vier stück hast du hast du das hast du ja nicht getroffen ich habe nicht getroffen nein die ja dann habe ich auch nicht getroffen davor dann hast du nicht getroffen wir hatten sieben stück nur das wäre jetzt die letzte gewesen wir geben niemals auf alle guten dinge und drei wir schwärmen aus wir suchen ein dorf mein kraft mein kraft mein kraft mein kraft mein kraft reihenfolge kevin heiko wichtiger stegi basti farbo hugo veto und das ganze wieder von vorne dritter versuch alle guten dinge sind drei jetzt sind wir sowas von warm und eingespielt ich habe die anderen kontrollieren einfach immer ob gebraucht werden wir haben es ja eigentlich ganz gut gemacht es hat ja funktioniert so wie wir es gespielt haben nur es war halt sehr hektisch sehr unübersichtlich aber ich fand schon gut so wie wir es gemacht haben weil es sind ja nur acht leute an einem spot ich habe labersee super gemacht ich habe keine ahnung jetzt ist es soweit habe ich angehittet ich war dran ich würde dann jetzt schlagen habe ich bin nach dir also ok jungen an digger dieser one ring trailer rastet damit sein Alpakas dahinten wer ist nach wichtiger wer ist nach wichtiger wichtiger also ja dann bist du drin wo seid ihr gerade wollen wir nicht auf dem labersee aber schlag erst kurz was anderes wir krippen gerade eine eisengrohle raus haben was geschlagen hat stegi geschlagen ja dann bin ich dran ja dann müsste ich sein eigentlich so jetzt bin ich dann ja mach mal nicht mit schwert wegen aufzutrollen das macht man nicht du hast ja wirklich mal ja das war ich nicht das war dings was denn was denn thomas das ist das ist dass dieser suro insider sich aber so lange gehalten hat ich finde es so geil wer ist dran mit schlagen komm mal zum portal stegi pass auf passi 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 pass auf hier scheppert in allen richtungen wer ist dran wer ist dran mit schlagen ich habe bereits geschlagen die person nach mir ist dran ich bin's wahrscheinlich ich bin's soll ich was soll ich töten wir gehen in den nether passt auf pass auf pass auf ich hab ne festung wir haben ne festung wir haben ne festung ja nur du du bist so schnell ja ich weiß danke ich hab was gemacht ich baue ne sky base so wer ist dran weil das von gerade 20 places wir müssten mich ansonsten backup jetzt hier zurück ich habe ja 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 du naja naja ja du du Bis zum nächsten Mal.